Als Schinke gehe ich in den Kostümverleiher. Fros Wott, ich möchte mich für die Mini zum Affen machen, sage ich zum Kostümverleiher, der mich anzieht und sagt dazu, unbeugend. Was schaut der Blödhund, rührt sich nicht. Hab ich mich unklar aufgedrückt oder hat er, wie alle in diesem Gewerbe, keine Fantasie? Der gaff mich an, von unten bis oben. Ich bin ein frischer Typ, was kostet die Welt und schenke ihm meine goldenen Zwei. Na, 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 soll ich vorher noch einen Rauchen geben oder hat er die Marktwirtschaft nicht verstanden? Herr Kostümverleiher, ich stehe für dich jetzt die Sonnenbrille wach, hänge mich übers Verkauf und flexibel und schaue mir ganz fest hinter deine stumpfen Augen. Und dieses ist meine Zimplau, wie der junge Ozean.